Kompanie aus Reservisten. Die Bundeswehr hat die neue Einheit unter dem Namen Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie in Dresden in Dienst gestellt. Ihre Aufgabe? Mithilfe beim Katastrophenschutz, wie zum Beispiel bei einem Hochwasser. Aber auch das Sichern militärischer Anlagen gehört dazu. Am Rande der Zeremonie demonstrierten etwa zwei Dutzend Menschen gegen die Reservisteneinheit.